dann bin ich halt immer noch kein stück weiter Looks like it's just us Right. We head for the hilt of the sword. Galahad fortress. Okay Ob das so gut war Ein Jahr ist mittlerweile vergangen, okay Habe ich so rumgedrödelt, ja? So another has appeared with the ability to wield the Monado But why would Zanza release the Monado? He surely knows it would become a double-edged sword Yet he relinquishes it to that mere child And the face escaped my control and acted alone Now that the Monado has been freed It appears the usefulness of the faces has come to an end Although Perhaps there are still things to be learnt from having them challenge the boy Okay Okay Was mächtig Donner und Blitz, was? Okay Wird ihr nun besser oder was Kelly? Ah, ich kann immer noch, okay Hello Händler Guck mal, Heilgeschenk So, tapfere Schuhe Guck mal Ja man Weniger Auch weniger Okay Also Waffen haben wir schon mal, sind wir schon mal ausgerüstet Ja da, auch weniger Na, das ist ja schon mal was Erdätherstation Feiner Erdkristall Feiner Erdkristall Feiner Erdkristall Und nochmal Feiner Heiner Erdkristall Heiner Erdkristall So, ich bin ja gleich gespannt was das wird. Ich vermute mal ganz schwer dass ich gleich der Tank sein wird Vitros Camu Camu Fleischpaprika Nassmelone Also Dachte den kann ich angreifen Ach da müssen wir lang Ja äh nö Ich bin nicht neugierig Ich will es nur wissen Ist so Man kann sich bescheuert anhören Aber ist so Mädels Mimimiert hier nicht so rum Seht ihr da gibt es was zum sammeln Citrus Camu Camu Na gut So viel war das jetzt aber nicht Ah da drüben gibt es noch was Komm ich da halt nicht hoch Dann gehe ich da drüben hoch Oh voilà Ja Kriegerleiter drüben wir nochmal So Aber viele Stadt hierherum Nicht Goldkondensator Wie gehts dir? ab gestern mit mir mal ein bisschen der kult rein gehört und dann laufen lassen weil mir was viel zu warm abglaub ich habe ich offen gehabt und es war aber sonst alles super ich habe gerade 29 grad festungen geht und bin gerade auf dem weg in die feindliche base mit mich ein bisschen eigentlich nicht wirklich aber items haben gehört hier nochmal dazu eisenheide feuerpfeffer was büsten du neuer ort sechstes tor schalltafel für sechstes tor zugriff gesperrt weiß ja das war also nicht lieb haben wir weiter wie weit bist du eigentlich in skyrim violette lampe gold condensator tür tor öffnungsvorrichtung auch jetzt geht das erst jetzt und jetzt muss ich da hin wow sonst gibt es hier nix okidoki let's go ich habe gestern gesehen da bist du gerade in die magie äh äh klingstbums rein sechstes tor aufmache naja das müssen sie aber nochmal also äh ich würde sagen mir fehlen paar level naja irgendwann müssen wir wieder wieder machen ne ja 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 Und ich kann nicht einfach nur spammen, weil wir denken ja Ja, aber warum texten wir nicht? Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut, oder? Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, oder? Ich habe mich nicht gut, oder? Ich weiß nicht wie ich mir das Zobbis Geld habe. Nein, 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 nein. Hallo? Hallo? Warum kann ich sie denn nicht? Ohhhh! Hallo Röne! Hau doch mal zu jetzt! Äh, okay, ich glaube wir leveln noch ein bisschen. Na ja, einigermaßen weit, ich habe viel neben stuff gemacht. Hab die Lebensgeld Akademie von Winterfeste, die Gefährten und die dunkle Bruderschaft fertig. Aber die ganze Drachenblut Hauptstory habe ich kaum gemacht. Ah, gestern bist du erstmal in die Akademie der Winterfeste rein, also die Magieschule. Okay, also ich glaube daran, äh, die zwei hier so ein bisschen einander zu gewöhnen ist, das lassen wir lieber. Äh, so. In Bearbeitung, Paula, da, 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 genau, wir gehen jetzt mal Kolonie 9. Ein Kolonie 9. Wo hier hoch irgendwo muss da doch, äh, Melanie, äh, Muni sein. Die mal fragen, wie sie so geht? Na, keinmal Handy, gibst du jetzt mal Ruh? Äh, wo war denn die? Kuppensoldaten. Kuppensoldaten. Kanz. Äh, warte mal, Harmonie. Kolonie 9. Äh, Mitte der Welt. Des Bioms. Das ist das. Äh, wahre Liebe. Moni, kann ich dir nicht irgendwie Erde verfolgen? Genau, das war Eric. Wenn ich die jetzt verfolge, sehe ich die dann hier. Kann man nicht. Einer befindlichen, die dann wieder? Truppensoldat, Truppensoldat. Truppensoldat. Ich kann nicht verfolgen. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Oh Mann. Das ist die. Oh ja, mein Ex. Chore. Ah, der ist immer noch kaputt. Wozu gibt es die Verwölkung? Nein, den will ich nicht, den will ich. Emileser, Truppeneingang. Monika. Rackmesser, blaue Höhlenratte. Mecheln, Schott, Emileser, Schössling. Wie funktioniert das? Ist vielleicht nicht die Zeit? Sorge, sechs Bumms, das ist auch nett. Wie funktioniert diese Verfolgung? Ah, so geht's. Muss man nur zum richtigen Zeitpunkt? Ah, da ist er. Moni! Wann immer ich das Labor betreten, sehen alle Wissenschaftler weg? Wetten, dass die bloß neidisch auf unsere lodernde Liebe sind? Ah ja. Okay, gibt's da nix. Neue Quests gibt's hier keine. Neue Quests gibt's hier. Ehe. 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 Muss ich schon dahin. Ah, da hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Irgendwas mit... Irgendwas musste ich auf jeden Fall Plateau 10 oder so machen. Wie sind das blöde Ding? Bist du von Lateral? Ruf der auch, kennt ihr. Zentral, äh, was? Tor. Leuchtturm. Soltner Siegel. Ey, da ist nix mit, mit, mit Zentralsiegel Insel. Da ist nix mit, äh, Plateau 10. So, Soltner Siegel. So, Soltner Siegel. Da geht's auch noch hin. Hier haben wir zum Weichtum. Sooo. Da müssen wir hin. Jetzt auf einmal schwebendes Rift 10. Jetzt gehen wir erstmal da hin. Aber wieher, ich hätte mich da hin geportet. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Die Spiele können mich einfach nicht leiden hier. Bomben, Spargel. So, was brauch ich denn hier? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne, nicht nacht jetzt. Hä? Ich brauch echtes fliegende Viech da oben. So, wir machen mal ein Takt. Pff. Oh, ne? Ja, die habe ich verkeilt. Hey, komm wieder her, du Sack! Hey, Hugo! Hey, Hugo! Hey, Hugo! Hey, Hugo! Komm wieder her! Hugo! Ugoline! Was soll denn der Mist? Komm wieder, bewegt dein Arsch hierher, du Sack! So, kriege ich dich hier! Hey, komm mal runter! Also, da übeln wir nochmal! Äh, einmal da hoch! Oh, der ist schon wieder! Oh, der ist schon wieder! Haben wir den nicht getötet? Warum lebt denn der wieder? Oh, putt, 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 putt! Oh, putt, 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 putt! Ah, komm näher! When hat ein Fahrzeug… Ah! Naeben! Mut 210. Die heils sind gefühlen. Dankeschön. Wir müssen erfüllen. Das war es schon. Oh. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Ne, äh, Moment. Aber so nicht. Da drüben liegt eine Gichte. Dachte ich aber alle einsam. Oh, da brauchen wir noch irgendwas. Oh. Chromelkiesel, feiner Chromenkristall, drei, zwei Mal. Hä? Meine Itembox ist voll. Möchtest du das Itemmenü aufrufen und platzen? Was? Ach du Scheiße. Äh, ja. Ich glaube, wir müssen hier, äh... Da gleich mal was tun. Ups, Zweig. Äh, was ist denn da unten? Da ist es da oben. Und den brauchen wir noch mehr. Kannst dir alle verkaufen, bis auf die, die du jetzt im neuen Gebiet bekommst. Ich hab jetzt keinen. Aber soll's. Ja, dann sollte ich mir nichts machen. Oh, genau, den brauchen wir. Bei einer Chromenkristall, alter, das ist doch nervig. Meiner. Auch so ein Problem, sobald du in ein neues Gebiet kommst, ist alles davor praktisch wertlos. So, also den brauchen wir. War echt gleich so schlimm, oder wie? 18.000. Du hast dir von dem Gardisten genannten Monster besiegt. So, Chromenkampfkleid. Gut, Hebewächter und feiner Chromenkristall. Lassen wir liegen. So, da oben haben wir noch was. Aber wo ist er denn? Natürlich leben die wieder. Ey, der war gerade irgendwie geschlecht. So, hey! Hallo? Jetzt ziehen wir echt die Aggro runter. Alles nehmen. So, wo ist denn das blöde Viech da oben jetzt? Hier. Hey, komm mal her, du. So, komm her, du. Den lassen wir, aber der macht Schaden. Ich hab zwei Healer. Komm, fallon, dankeschön. Let's get going, but we can not be reckless. Ich glaub, da haben wir nix gekriegt. Bunter Fliffy Bart, alte Drachenzacke. Oh, auch erfüllt. Der Mann möchte seine Gefühle in Form von Musik ausdrücken. Besorge ihm die Materialien, die er für die Herstellung eines neuen Instruments benötigt. Du hast die Bitte des Bewohners von Alkamos erfüllt. Er kann nun sein Instrument bauen. Bitteschön. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? So, hier rüben. Warum kann ich hier nicht sporten? Da sind wir grad, ne? Ich muss echt hier, damit ich dann so... Na, okay. Dann machen wir das halt so. Äh, darum. Also, ich mein, zumindest bauen sie ja hier ein, dass... Es wär halt auch geil, wenn man dafür halt XP kriegen würde, ne? Füllzweig. Und nicht nur überwiegend Kohle. Und nur die, äh, Ding von den Mobs. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, laufen wir mal dahin. Oh, die Lämmerfels. Elfinkarotte. Toll, jetzt kriege ich Hunger. Die Lämmerfels. Aber wegen den Felsen hab ich jetzt Hunger. Eigentlich wundert er, dass ich überhaupt zurückgekommen bin, ohne mich bisher wirklich großartig mit den Juwelenschmieden auseinanderzusetzen. Weil... Ja, really? Äh... Ich hab da bisher nur irgendeinen Crap drin, den ich halt gefunden habe eigentlich. Ja. 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 Ja.